Von welchen Faktoren hängt das menschliche Leistungsvermögen ab? Das menschliche Leistungsvermögen hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Strukturzahl 2. Einmal sind es die persönlichen Leistungsfaktoren. Und zum anderen sind es die sachlichen Leistungsfaktoren. Wenn Sie jetzt fragen, was ist denn das oder was versteht man unter persönlichen Leistungsfaktoren und was unter sachlichen? Ich werde zwei weitere Videos produzieren, wo ich das genauer erkläre. Hier nur ganz kurz. Persönliche Leistungsfaktoren sind zum Beispiel die körperliche Verfassung, aber auch die Fachkenntnisse. Das sind persönliche Leistungsfaktoren und sachliche Leistungsfaktoren sind zum Beispiel Dinge wie die Arbeitsplatzgestaltung oder die Organisation der Arbeit. Aber genaueres dazu in weiteren Videos. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.